Österreich wird an diesem Wahlabend ein großes Stück mutiger. Das ist die Botschaft des Abends. Und ich glaube, was die Wählerinnen und Wähler hier dem Land sagen wollen, es ist möglich. Das, was wir hier gemacht haben und geplant haben und schlussendlich auch offensichtlich erfolgreich umgesetzt haben, das ist für viele das Unmögliche gewesen. Tausende Menschen, Politikberater, Professoren, Journalisten, Journalistinnen, Mitbewerber, haben gesagt, das geht nie, was ihr davor habt. Das ist nicht vorgesehen in der Geschichte. Und das war auch nicht vorgesehen. Seit 68 Jahren hat es noch keine Bewegung, die aus dem Volksschritt kommt, geschafft, im ersten Anlauf ins Parlament zu kommen. Wir werden das schaffen, offensichtlich, und wir schaffen es, weil wir eine großartige Mischung haben von Idealismus. Es laufen über 6.000 Menschen.